Ahu. Hi. Unser lieber Horchi. Hallo. Eine Random Man. Hallo. Eine Random Man. Ah okay. Und natürlich ich. Und DJ Lee Sin. DJ Lee Sin. Winky 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 winky. Wir spielen gegen einen Analritter. Ja. Ich bin ein fett Arsch Cowboy, ein geiler Rapper. Wicky 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 wicky. Und falls man im Hintergrund irgendwas lachen hört dann ist das Alex. Lässt mich noch bei uns mit drin. Ich mach hier Tentakel-Action. Ach Alex ist drin. Ach Alex ist bei uns mit drin. Tentakel-Action wohl ja alles klappt. Danke fürs Kammern Brent. Ist nett von dir. Ja läuft doch easy. Nur ich will es sehen haben. Der ist viel netter. Sorry Horchi. Fassen. Ich spritze ein bisschen. Spritze ein bisschen ii. Ich tanze jetzt hier ums Feuer. Uga Aga Uga Aga Uga Aga Uga Aga. Guck mal hier. Guck mal. Ich kann Schwengel-Tanz. BTF hat Runen. Das ist unfair. BTF hat Runen. BTF hat Runen. Ja. WTF hat Runen. Der ist noch nicht mal Level 20. Der hat aber ordentlich Masteries dann. Der hat billige Runen halt eingepackt. Ja ja. Preiswert. Äh. Drintern Meers unten? Ja. Die haben keiner D-Carry. Toplane ist Riven und Timo. Die haben keinen Jungler wohl. Die Drintern Meers Mitte. Äh. Timo. Oh ja ja. Ist halt so. Du kannst dein Wayne helfen, Mann. Danke. Har 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 Har. Der Blitz. Yarr Har Fiddledi. Die Being a Pirate is free. Die Being a Pirate is free. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Ja. Mein Männerchor. Dein Männerchor. Wie du kriegst so viel Charme. Was ist denn hier los? Ich dachte nicht so. Jungle is viable. Was ist denn hier los? Ja. Ja. Nicht ohne Runen. Ne. Irgendwie nicht. Lalalalala. Mit Level 2. Kann ich fast weggehen. Was? Lalalalala. 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 Entschuldigung. Ich mache jetzt mal einen Grund. Und dann komme ich doch gleich wieder. Ich mache einen Grund. Und dann bin ich gleich wieder. Ich ping aus irgendeinem Grund. Einfach auf den Boden. Weiß für Spaß macht. Das wollte ich gerade zeigen. Das ist auch. Nicht baden lassen. Nicht baden lassen. Nicht baden lassen. Die Linie hier gehen wo ich bin. Mechanics. Wie ich mit deinem Viertel spiele. Das lade ich nicht hoch. Doch klar. Ich schneide aber schnell raus. Weißt du. Genau diese schneide aber raus. Ja. Ja. Oh. Aus technischen Gründen müssen wir diese Stelle stellen. Nein. Hörtliches Flashgeräusch. Und die Ulti. Bildstörung. Was habt ihr denn jetzt schon wieder hier? Doch nichts. Wir lassen unsere Kreativität freien Lauf. Ich mache vor allem erstmal einen Golem. Und dann die anderen Golem. Weil ich es so nicht schaffe. Also ich gehe erstmal an die Base zurück. Mit dem einen Golem. Dann ging mir vorhin mit Kayle genauso. Bis zu Level 30 gehe ich ganken. Pass auf. Was ist das für kranker Geräusch? Von Blitzcrank. Lacht er die ganze Zeit oder was? Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das ist ein richtig geiler Lacher. Ha 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 ha. La di la di la di la di la di oh. Do what you want cause a pirate is free. You are a pirate. Oh Gott. Das mekern nix. Okay das reicht mir. Oh. Hätte fast klappt. Hätte sogar fast klappt. Hätte sogar fast klappt. Hätte sogar fast klappt. Hätte sogar fast klappt. Ja das ist so Petri, ja das ist ein ganz anderes So Petri Weiß er die Fiedri? Hier für die, dann immer Petri Petri heil Für die Fischer, ja? Ja Ich geh back, bin schon Level 4 Jar 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 Fiddle Didi Being a pirate is the one to be Do what you want cause a pirate is free Julia is to rot Nein, Maru stirbt hierher Julia, hilf mir Julia, rapier! Lass mich zurück, es ist nur dein Supporter Es ist nur der Supporter Lass mich zurück Julia, was ist die Mission? Was ist denn heute kaputt? Kaputt Es hat der 4N4RI1TTR Was? Was zum Teufel? Du meinst den Analritter? Nein, 4N4R1TTR Du meinst den 4N4R1TTR Du meinst den 4N4R1TTR Den 4N4R1TTR Den 4N4R1TTR Das klingt auch gut Lass ihn immer grabben Lass ihn immer grabben Das ist hier für ein Noob Lass euch machen Maru Es tut mir so lahm Der hat der Noobmagnet, der killt einfach alles Wer ist der Noobmagnet? Blitzcrank Alles klar Danke Ich mag euch auch Immer wieder gern Idioten Ey War nicht cool so auf der Dane zu stehen so weit vorne ist anscheinend geil Weil kein Gang reinkommt, weil die ja keinen Jungler haben Ja Ein viel entspannter Leben Hab ich Blubuff angefangen? Ja hab ich gemacht Wusste ich grad nicht Hm Kam nicht ins Langzeitgeräse 10 Sekunden noch, naja dann hab ich ja Zeit Gerade ohne DJ Und noch einmal kurz rubbelt Kann ich den da drauf Aber kurz Hä? Hallo ich bin Lee Hey zu spät Julia Ja Ja Kann ich den haben oder nicht? Kann ich den haben oder nicht? Oh Blubuff Hm Blubuff Danke sehr Blubuff 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 Ist halt doch irgendwie seltsam hab ich das Gefühl Ach das merkst du erst jetzt? Ja? Ja Der Kind jetzt kommt spät Julia Ja schon ne? Mein Last Hit Hey Q hast du gelesen ja? Äh Report Brand for Flay Oh Gott der ist flach Der ist so flach Please Rito please Banz ist fagg Da hab ich jetzt aber auch ziemlich lange gebraucht bis ich den kapiert hab Was hab ich denn jetzt gemacht? I did it again Oh man Sind wir durch Wo ist gleich Topländer von denen? Ups I did it again Hm 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 Na 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 Hol die Xperia OTF Babies Hol die Xperia Geht nicht zwar daran dass du in Tor gezogen wirst aber sonst ist es egal Ups I did it again Ups I did it again Ups I did it again Ich hab schnell ein Brustig gemacht Das ergibt Sinn Oh jetzt ist noch ein Free-Blue-Buff in mir dazu ein Ja Kommst du ja auch Komm an Wollte ich F den haben oder kriege ich TF-Pull oder was ist hier Ja True he is on fire though True he is on fire though Mein Geld Mein Geld Oh outplayed Scheiße Ich glaub der TF wollte uns grad den Witz erklären Oh wie schlechte Spiele Bisschen ist abk Oh 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 TF ist hier Der TF ist es? Hast du Ulti noch? Ja hab ich Ja Ja der ist hier Kann ich nicht ändern Ja er tötet sich Boah dann sollte ich vielleicht nehmen Brauchst du noch nicht Hallo Ich brauch mal Hilfe hier Ich hab mich nicht vertraut Boah hab mich nicht vertraut Jetzt die Ulti schießen müssen einfach nur Julia Ja da ging nix Wieso denn nicht Ich weiß es nicht Hat nicht mehr reagiert Ich konnte machen was ich wollte Es ist nichts passiert Ah schade Maru Ich hab alle Couser fehlt einfach gerade Richtig Pro Schade Ich hab den letzten gelocker gehabt mit der Ulti Ja ja klar Ich kann mir jetzt einfach ein Jungle Item kaufen Oder ich kauf mir einfach ein Tiamat First Item Ich war irgendwie seltsam Vielleicht hat der Blitzcrank das gleiche Problem Dass deswegen nix war Was denn? Weil ich zugehört Was hat die Ghosted? Weil der Scheiße der nächste Ding fast down war Aber irgendwie konnte ich nix machen Ne Ich hab ja keine Ulti nix geschossen Entweder war das totaler Brainer FK gerade Oder ich hatte irgendeinen Bug Oder war es einfach gesided zum Blitzcrank Ne ne Ich bin schon lange tot Oder bist du Ich Keine Ahnung Reinhardt 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 Kannst du machen? Der TF lässt mich gerade in der Mitte relativ easy farmen Das ist ganz praktisch Ne Mit Brains sowieso 71er ist okay Ja der TF hat 41 Ich hab den TF um 30 überfahm und trifft den Turm Ich denke schon Dann schieß Hääääah Oh Gott Was zur Hölle Ist eine Abheelblitz? Neh Hä? Das haben wir so viel Schaden gemacht Da wo Tower Haaaah Ok die Smurf oder Was ist das gewesen? Doppel Heal und keine Ahnung was? Ja Nirvanaulti war das Was war das für Ulti? Das war ein Nirvanaulti Na ja schon Was sind das für Hühner? Ich hab einfach kaum Schaden gefressen, jetzt hat er Blube auf Toll. Was für Hühner? Hühner? Also von Trindermeere. Ja. Wenn du dich umdrehst, kann ich verlangsamen. Kommt einfach so ein Hühnergeräusch. Ahem. Ahem. Na gut, brennt macht das schon. Das war kacke. Erst die Ash Ulti dann im Gegend, dann naja. Ja, weil er ausgewichen war. Dann hab ich aber nur sinnlos in Tower geguckt worden durch den Flash. Flash Hook! Flash Hook! Flash Hook! Flash Hook! Yarr Ha Fiddle Lady. Wir haben keine Fiddle im Team. Was? Wir haben Yarr Ha Fiddle im Team? Yarr Ha Fiddle ist hier. Rämmt sie nicht. Was? Bei dem Team rämmts zwar auch nicht, aber das geht besser. Denn wie du wirst weiter machen, Yarr Ha Fiddle ist hier. Jetzt trinken wir alle ein ganz eiskaltes Bier. Ach komm! Kein Bock mehr. I'm out. Aber Horki! I'm out. Der echte Horki LP würde das nie machen. I'm out. Tschüss. Oh Gott. Oh ne, doch nicht. Was? Is Maru on fire? Ja zu viel Magic Resist. Ich bin on fire. Oh, ich hab ihn auch getroffen. Ich hab jetzt keine Energie mehr zu bespringen. Du sagst das sogar. Ja, mein Botlehrer hat uns gekillt schon wieder. Der TF. Übrigens, Rant. Nicht TF auf K. Der gank nur. Endzeit. Sei bereit für deine Ulti, falls sie uns irgendwie um die Tower holen wollen. Ja, dann muss ich noch kurz ein bisschen laden. Okay. Pfff. I'm out. Holt ihn! Holt ihn! Holt ihn doch! Hau ab! Ich werde noch mehr! Okay. Irgendwie hat's geklappt. Wo ist der der Dings? Der ist noch nicht. Schade. Der ist in der Mitte wieder. Naja, aber Blitz ist weg. Blitz ist genau da. Ja. Schade. Blitz könnte in der Mitte kommen. Das Geld wollte ich noch haben. Das Geld wollte ich noch haben. Oh man, diese Place heute. Blitz übrigens hier. Er ist da? Viertel? Ach da, da ist er. Mhh, lecker Blubuff. Du machst eh keinen. Was reicht eigentlich dann in der Mitte? Er greift ihn nicht. Er hat so ein Glück, als wenn er das Kuh nicht getroffen hat. Die ganze Zeit lacht der Typ. Nope. Jetzt will ich erst recht töten. Komm, wir töten ihn. Hat er noch ein Schild oder hat er keinen Schild mehr? Mirs, ich hab mich ja gar nicht vollgehalten da oben. Scheiße. Ich bin zu früh aufs Base raus. Wischen nicht aufgepasst, würde ich behaupten. Ach komm, da haben die Trainer mehr von hinten. Gelb ist auch Mist, ne? Ja. Haupp. Kebam. Okay. Da will ich gar nicht. Egal. Was hab ich? Den Bluelock gekriegt. Ich verstehe kein Wort. Den Blubuff noch bekommen. Von wem? Von Blitzcrank? Ja. Ich glaub nicht. Er hat doch schon neun bekommen. Lange neu gespawnt. Der erste Jungle-Item ausbaut. Extra Geld. Der meinte, er müsste da junglen. Ne, ich will ja ranporten gleich. Ich hab mein bestes Jungle-Build einfach ever. Defensives Jungle-Item und dazu Tiamat. Ja, jetzt fängt sie mit der Altenhütter jetzt. Naja. Ja, weil sie mich auch weiten wollen. Brand ult ihr alles tut. Fetzt schon. Komm, Brand. Ich kauf mir Zeit. Wollst du hin? Ich bin hier. Wird euch zu echt kommen oder weiterfahren? Komm, nur weiter. Hab ich nen Ulten? Ja, n... Töt ihn eigentlich. Hä? Na, Jorge? Hi TF. Boah. Oh, jetzt wusste ich nicht, dass du weg... äh... Toll. Egal. Oh, mich jetzt im Weg. Danke für den Heal. Will das her von mir? Ich treff ihn, glaub ich. Oh. Will er den Velcroz? Oh, er will den Velcroz. Er will den Velcroz. Oh, er will den Velcroz. Ohhhh. Das ist Destiny. Auch played, bitch. Oh, schade. Ja, ich konnte halt nicht mehr raus, weil ich war genau auf meinem Mikro. Pick a card. Ich hab da grad so ein komisches Kugelchen über mir gehabt. Und da stand Destiny da. Was ist das? Ja, das ist dein Schicksal. Der kann sich jetzt ne Karte teleportieren. Denkt uns alle auf. Er weiß, wo wir alle sind. Mhm. Ach, ohne Wurzeln, ohne alles. Die Elbe Karte inzwischen. Ja, oh, der kann sich ja bald teleportieren. Auf gut Deutsch. Das wollte ich so ausdrücken. Hallo Wayne, was willst du? Willst du meinen Rapper fahren? Ne, doch nicht. Willst du meinen Rapper fahren? Die Wand können da abpowern. Okay, danke. Danke. Thanks, I guess. Ciao. I'm here alone with Blitzcrank. I'm here alone with Blitzcrank? How you doing with Blitzcrank? Wie machst du Blitzcrank? Mach den Robert. Blitzcrank ist weg. Nur die Nightshade. Der Blitzcrank ist nimmer da. Nightshade ist ein Blitzcrank. Mach das ja öfter. Ne, so funktioniert das nicht, Luja. Hm? So klappt das nicht. Ja, ich hab's gesehen, dass es so nicht funktioniert. Hat sie gemacht? Er hat eh auf die Minions geschossen. Na ja, ich konnte die Minions wenigstens sehen, oder? Ja, ja. Die Minions konnte ich sehen, ja. Das hat ganz gut funktioniert. Sag ich doch. Also, ich hab hier grad ganz ganz kurz einen anderen gesehen. Ein Rindermeer, glaub ich. Und Rimm ist top lane. Stark, Wayne. Hast du den gemacht? Der condemned? Ja, der condemned. Da oben kommen sie. Ach, die haben Timo? Ja. Oh, was macht ein Rindermeer hier? Diese anderen, bitte. Viel Spaß. Mit Ulti, nur noch ganz. Das ist wirklich ärgerlich. Hey, Cods. Do your thing. Do your thingy. Nicht gegen Blitzcrank untergehen. Oh, Wayne Mechanics. So. Ne, noch nicht. Jetzt. Da kann ich gegen Blitzcrank nicht meine Ulti einfach rein sammeln. Nicht sterben. Ist das schon geoltet? Ja. Ne. Eigentlich nicht. Hehe. Der Minion. Okay. Miep Miep. Miep Miep. Miep Miep. Miep Miep. Miep Miep. Miep Miep. Jetzt I. Roadrunner. Ja. Der unten ist Gold, was ich haben möchte. Miep Miep. Der ist Gold. Drache? Ja. Okay. Dann holen sie die Gefäße ich selber machen. Ich mach ihn auch mit. Mach ihn selber, die Drachen. Ich will auch mitkommen. Komm hier lang, Julia. Komm mal über die Wand. Kann ich auch. Kannst du auch bestimmen? Ja, kann ich bestimmen. Ja. Da ist ein Flash. Ich zieh mal. Ich smite eigentlich nicht. Hier, da ist ein TF. Da ist ein Teamfight? Alles klar. Okay. Nein. Ein TF. Oh. Ein Redbox. Ein Redbox, der gemacht wird. Ja. Er macht den anderen. Ja. Hi. Oh. Das tut mir leid. Das war ein Auto-Attack. Das tut mir leid. Hi, Trainer mehr. Oh, es war ein Bade. Das ist doof. Lass mich doch ranzpringen, Brent! Tschüss, Brent. Danke, Brent. You're welcome, Brent. Woah. Power, Power, Power. Scheiße. Ich hätte gerne einen neuen Brent im Team. Danke bitte. Einer, der mich ranzpringen lässt. Treff ihn an! Treff ihn an! Nein! 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 Dieser Brent. Mein Tiki. Das verschmeiße. I am very, very dead. Loin! Oh. Blup! I am very, very dead. Ich zieh. Oh, der Sidestamp! Oh! Und Redbox, du hast einen Redbox? Du hast einen Redbox. Und einen Coo. Und einen Coo. Deine Mahne reicht. Oh, nice. Kapuff! Du bist der Wade und wir helfen, glaube ich. Quatsch! Ich bin so scheiße gerade, wisst ihr das? Die ohne Ruhm ist wirklich kacka. Oh, da sind ganz viele Minions, die darauf warten, dass ich sie zerstören kann. Aber bis ich da bin, sind die schon tot. Schade, schade, schade. Lauf schneller, Ash! Schneller! Okay, hi. Und tschüss. Ach, gar nichts. Komm mal an. Ich... Ich slow sie kurz. Ich schreibe kurz Jopli. Ich habe einfach geschluckt und einen Coo getroffen. Ja. Aber gut. Besser als die weißen Jungler. Na gut, okay. Mein Geld. Ich hab' das Geld. Das Geld ist mir. Ich habe' das Geld. Ich habe' das Geld und den Feuer. Das Geld istgünftem. Ich habe' das Geld und den Feuer. Das Geld ist ein neues. Das Geld ist mein Körper. Und mein Körper ist ein unglaubliches. Gib'em den Link! hier wo hoch gerade gerade daran ist sehlich das da-da da 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 gewicht was traut's dir dritte mal bitte dahinten hallo drin dabei bist du diese burscht bist du nicht warum nicht Oh, da ist er. Mechanics! Oh, das war echt gut. Das fand ich so gut. Nein! Oh, die Alten hätte nicht jumpen können. Wo ist er? Ein Schlag und der wäre down gewesen. DJ Lee Sin, DJ Lee Sin, okay. Oh, die Mechanics. Ich bin fast Full-Life, ist okay. Das ist gerade so bitter, ey. Die Ulti traf. Was war das hier? Ich bin extra Q-Flash-ulted, aber nein, das stimmt nicht, der Typ. Oh, ich bin nicht getroffen. Oh, ich bin nicht getroffen. Hawaii-Blitzcrank. Hawaii-Blitzcrank? Ja, Hawaii-Blitzcrank. Hawaii-Blitzcrank, das ist natürlich... Da kommt Tito! Oh Gott, ich fail doch gerade alles. The Brand. Brand Mechanics. Besser, weil er fettet Mechanics, aber trotzdem. And a new Wild-Blitzcrank. Danke, Velcro. Pew! Oh nee, wer hat ihn denn weggekickt? Ich habe gerade geultert. Okay, pass. Ja, easy. Ich werde auch den Velcro vielleicht retten unbedingt. Der sollte nicht unbedingt sterben. Komm, wir kriegt man ihn hier. Boah, großzügig von dir. Nicht wahr? Ja. Du motherfucker. Oh oh. Oh, Kill! Oh, du ist... Der Stealer-Sau! Der Predict-Kill! Weißt du, ich habe vor Ewigkeit schon gecut. Und sagt, er hat eigentlich einen Kill. Und dafür stirbt er auch noch. Oh oh. Ja, weil du ein Spaß-Team willst und medikieren willst. Ich wusste nicht, wie viel Schaden du machst. Ja, genau. Hi Li. ATF. Oh! Ja, easy. Oh, ich muss kurz live-steam, glaube ich. Okay, jetzt reicht's. Das war... Das war wichtig. Das war schön jetzt. Farm! Doch nicht. Was? Ja. Hey! Hey! Kein Problem. Kein Problem. Ich weiß. Den muss ich nehmen. Du bist gescheert. Was? Ich bin gescheert. Habt ihr gehört? Du bist voll gescheert. Das ist der Wahnsinn. Ich verstehe kein Wort. Komm nach Deutschland erst mal. Hast du auf Deutsch einen Pass? Ey Junge. Junge. Mach dich besser. Ich steck dein Kopf in deinen Kopf. Komm ich mit Papa. Guck mal, Red Buff. Du kannst Riven sein. Ich steck dein Kopf in deinen Kopf. Guck mal, Red Buff. Ich kann Riven sein. Jetzt steck dein Kopf in deinen Kopf. Guck mal, im Red Buff. Da ist ein Red Buff. IS THIS MY BRUNN? MY BRUNN? Ey. Der Eine gehört auch mir. Danke. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hä? Du hast doch deinen Bloodthirst. Du hast doch alles totti. Du kriegst eine Schilte. Nein, nein nein. Das meine ich jetzt grad gar nicht. Aber es war die ganze Zeit so, dass meine E immer nur 3 zusätzliche Münzen gibt. Jetzt sind es auf einmal doch 5. Ich dachte, sie steigt nicht. Pro Stufe. Ja, aber nein. Du hast erwacht, du hast das Schwert gekauft, dass es Plus 2 gibt nochmal. Ach so. Ja komm. Ja. Stimmt. Wie du misst er eigentlich? Zum Sterben? Ne, zum Sterben ist er nicht. Verstehe ich es nicht. Okay, Vay getop lane. Soll Riven doch da pushen, soll Vayne lieber zu uns kommen. Eigentlich ja. Ab dem Platz kann ich irgendwie nicht, er ist für mich. Ich auch nicht. Vor allem weil ich keinen Flasch habe. Er will Velcros graben, ist mir egal. Er will nicht graben. Sicher? Ey, ich will heranspringen und nicht gegrabt werden. Da war meine Ulti und das ist mein Kill, der gehört mir. Mensch, meine Ulti, ich bekomme nicht meine Entfernung hier. Haupp, haupp, haupp. Nope. Nein, reicht nicht. Aua. Dummes Blitzkirr-Geschült, hab ich vergessen. Das ist deine Brand. Oh, Brandy. Du warst bei meinem Fels in der Brandung. Oh Gott. Mein Fels in der Brandung. Achtung, wir haben immer noch, Achtung, jetzt sind immer noch ein Thema unterwegs. Da ist ja kein Busch rein. Nein. Bumm. Nein. Nein. No risk, no fun, Maru. Ich hätte ihn besiegen können, hätte ich mein Diamant aktiviert. Ich hätte ihn besiegen können. I think I'm dead. I'm sorry. I'm sorry. Du wirst unbesiegbar sein. Der Beste sein. Okay. Okay. Minions, Minions OP, Minions OP. Aua, Minions OP. Ich bräuchte eigentlich ein Bier, dann wird's noch schlimmer. an. Ah,, cię! Brother Pshhh. dass schon fast wir hier immer in der willingness gestoppt war, aber okay. Mechanix ey. Spinne. Mechanix, ey, W件, W件 mal. W件, W件 mal wieder Hayes. Willst du den haben? Hey, ich mache Ihnen schnell, komm. Warte, da ist Deiner, da ist Deiner! Nee, nee, ja, nimm Du, nimm Du, nimm Du. Das ist ja Blubuff. Ja, den Blubuff nehme ich gleich. Ach, er geht ja gar nicht, wär's schade. Mein Sarfer , kann selber kicken. Da war ja was. Ohhh. No way. Ich wollte nichts machen, Brent. Die Sinn-Mechanics, ja. Ich wollte gerade den Geist ins Gesicht schießen. Der für ein Leben, die du hattest. Das wär doof gewesen. Da kann früher auch Minions ulten, aber alles nicht mehr. Schade. Wieso hast du dir jetzt den Blue-Buff genommen, die Sinn? Weil ich letztes 3 auch schon genommen hab. Du bist mein Spannstil. This is my Wayne. Sie sieht dich. Sie sieht dich. Sie sieht dich. Was ist das für ein TF? Oh, Maru. Oh, das war gut gemacht. Oh, Maru. Zauber. Ja, den nehm ich auch. Egal. Kick ihn. Okay, nice. Ah, guck mal, da kommt ein Spielzeug. Ein Spielzeug? Oh nein, ich bin drin. Ich bin auf die zu. Ich geh in den Busch. Okay, ich geh weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Scheiße. Cheater. Attack. Oh Gott, ey. Was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Wo ist er hier? Wo ist er hier? Wo ist er hier? Wo ist er hier? Was macht er hier? Was macht er hier? Was macht er hier? Der macht uns jetzt fertig. Pass auf. Trainer mehr. Es kann nur einen gehen. Voll den evil plan hier. Verlass meinen Turm. Verlass meinen Turm. Oh, da war ich echt Turm. Okay, viel Spaß noch. Ich will auch meinen haben. Ich will auch meinen haben. Ich will auch meinen haben. Oh Mensch. Oh, ich hab ja sogar einen 2. Juhu, Julia. Nein. Du hast jetzt wieder geflash ihn. Ich hätte Angst. Die Passive hat mich getötet. Die Passive hat mich getötet. Jaaaah. Oh, das ist traurig. Geheim. Ich haue hier ab. Wie ist der? Millimeter! Ja, warum soll ich da auf den Raub spressen, die Trage? Ich hab Angst. Geheim. Tschüss. Aua. Ich hab Angst geheim, tschüss. Interessant. Ich gehe heim, Halutzer. Achso. Erstmal den Raph machen. Smile versemmelt. Jetzt komm doch rüber, ja? Hast du doch den Geist gerabelt, aber jetzt wird er nicht mehr. Was machst du denn? Was machen wir eigentlich jetzt? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Oh, das sind die Hose. Dann record ich mal. Ooooooh. Wer wohnt in der anderen? Das ist ganz lieb im Meer. Ach du Scheiße, ein Schrum. Ach du Scheiße, ein Schrum. Bitte komm nach ihm, Julia. Dankeschön. Oh, ein TF. Tschüss, bitte. Oh, der Fall. Der war wichtig, Julia. Der war wirklich gut. Habt ihr den TF fliegen gesehen? Nee. Er ist hierhin geobachtet? Ja? Auf ihr schön, Julia. Ich bin einfach wieder zurückgekickt über die Wand. Rutsch, rutsch. Achtung, auf Julia. Julia, geh weg und lass die sterben durch den Buff. Was? Nein, das ist mein Buff. Das ist mein Buff. Jungs, das ist nie euer Ernst. Julia braucht den. Äh, Ryan braucht den. Er braucht Cooler Reduction. Ja, am Arsch braucht ihr Cooler Reduction. Ja klar, gerade am Arsch brauchst du die Cooler Reduction. Das hast du richtig gesehen. Ey, du kannst deinen Blumer wegnehmen, aber nicht meinen Wolf. Dann werde ich böse. Ich fände das Spiel echt langweilig heute. Ihr seid so langweilig und unlustig. Ohne Scheiße. Ich finde das voll mies von euch. Ah, wiii. Woaa. Gucka 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 Gucka. Da ist ein Timo und Mis an ihm an dem. Oh, die brennt. Das war mein NeuGeogs. Juhu. Nein, ich hau ab. Tschüss. Julia, i'm going to suff you. Du suffest me? Ja, und ich grebbe dich mit meinen Tinten ackeln. Was? Jetzt kommt Vayne, wahrscheinlich. Starke Vayne, Starke Vayne. Juga rette mich! Gut, Alex. Ich glaube, Alex war echt irgendwie pisst. Ich weiß nicht warum, aber er war pisst. Alex ist ins Bett gegangen. Ja, aber warum überhaupt. Hat er das gesagt? Ja, mir zumindest bei Whatsapp geschwimmen, dass er ins Bett geht. Der Typ ist halt irgendwie komisch. Ist halt Alex. Ist das immer noch ne Aufnahme? Das kommt doch auf seinem Kanal. Ja und? Ja, Alex ist trotzdem komisch. Ich mag Alex. Ja, mögen du ihn trotzdem. Ich bin ja auch komisch. Julia. Was? Stuhlja. Was? Stuhlja? Stuhlja? Stuhlja. Ich reise dir nicht, Julia. Laufen, Julia. Laufen ist die gewesen. Warum renne ich eigentlich wieder rein? Hat er schon geholt? Natürlich nicht, oder? Doch, hat er schon. Okay. Schwein gehabt. Ich hätte auch elegant verlösen können, als raufzupolzeln. Aber fast scheiß Sinn. Den hab ich nicht kommen sehen. I will be back soon in 26 seconds. Es ist nicht der 2nd. Aber... 27 seconds away. Oh, Ruba, Ruba. Maru. Ulter. Ich glaube, er ist verhort. Ulter. Maru, du musst ulten. Julia, ulter noch im Waffe. Ich kann nicht ulten. I am dead. And I have cooldown. Cooldown? Force Ulti-Team. Komm. Der soll unsichtbar werden. I am coming. Where is Timo? He is dead. Oh, he is on a ward. Timo, Timo. Timo, Timo. Timo, Pai will rise. Oh, der kommt. Was macht der immer? Oh, oh. Super Nudels. Die Super Nudeln greifen an. Boom. Blue Card. Oh Gott. Oh yeah. Okay, geil. Stimmt trotzdem. Will ich Kai essen? Oh, damage hat man da rauf, ne? Das ist mir doch auch mein. Dann TF. Ein Teamfight? Ja. Tittenfokus. TF. Ach, Tittenfokus halt. Das wusste man auch nicht. Es ist zu spät langsam. Oh, oh. Hinter uns. Oh, der Stun so badly. Und unsere Vayne stirbt an. Das ist der Schoom. Das Schoom ist amazing. Bitte nicht lange gehen, Vayne. Ah, das war's, Vayne. Die Kuh. Yeah. Was? Das ist der Ultima Sofa. Oh, Kill. Nein. Hast du nicht gesehen, Brand? Hast du nicht gesehen, was ich gemacht hab? Die Ulti hat auch keiner gesehen, ja? Ja, auf der Outcheck hab ich fast geflasht, um die Kill zu kriegen. Aber das ist echt geklappt. Tito. 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 Du musst überschreiben, sonst bringt das nichts. Sure? Wop. Tito. 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 Arrgh. Hörrgh. Noasto. Ciao Maro. WP. Ihr könnt dir jetzt auch nicht mehr helfen. Hier hinten bin ich sicher. Jaaa. udos. V tongön! Ich hab irgendwie getötet mit meiner Ultimate. Ich hab die einfach nur reingebratzt. This Brand is on fire. Ihr kennt gern diesen tollen, 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 tollen Lieder-Buff-Gedöns-Dings, von dem ich nicht so kreislich ausschalte. Du meinst Baronai? Du meinst Mike? Der in meinem Stream hat immer gebot, dass wir Mike hauen müssen. Ich weiß gerade auf seinem Kanal übrigens, ich weiß. Der kommt auch auf seinem Kanal. Ich stell jetzt immer online einen Swap-Hall mit Mike hauen und Mike gewinnt immer. Wo kommt der jetzt hin? Das ist Wayne. Wahrscheinlich hinten von Wayne. Hinten bei Wayne. Hinten von Wayne. Aber er ist ja kein Analretter. Warum macht er sowas? Ja, der kommt immer. This is my Pils, my Pils is amazing. Oh Gott. Kommt, 10 noch, bitte, danke. 5, 6, 7, 8, 9, danke. Oh, der Mechanics! Ich seh sie nicht. Oh. Oh oh, ich will jetzt ruhig, ich will jetzt ruhig, ich will gehen. Alkoholtet, Hilfe. Oh. Das ist deiner Tito. Super-Noodles. Tito. America. I'm a little bit fried. America. America. Servus. Er hat schon geholtet, er hat schon geholtet. Er ist tot. Was war das denn, ey. Er hat übrigens schon geholtet, der Trinamer. Ja, aber mein Altman ist halt nicht weiter gejumpt. Wegen... Hourglass. Summer. Ne, 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 ne. Ich hab's schon auf dem Trinamer gemacht. Ja, aber du hast das drinnen mehr. Ja, da war es so Dinge, wo du noch nie traust. Das hätte auf dem Blitzkring oder so weiterjumpen müssen. Ist ein AP drinnen mehr mit Hourglass? Hallo? Weg da, Timo! Du hast einen Minion, sie greifen dich an. I am the Hourglass. Der Timo ist halt so scheiße, dann guck mal dein Equipment an. Daher. Oh, Creme drehen? Wutend! Von Lechers. Und Schuhe. Von Ikea. Was ist der Fucker, wo die beiden Schuhe haben? Von Ikea? Ja, egal. Das sind die besten Schuhe von Ikea. We need Baron. No. Baron needs us. Das ist der Nudia. Also, ich finde, ich habe einen Bacon, ich habe einen Baron. Aber... Ach, das ist ein Wort. Nein! 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 Poin! Okay, das ist tot. Ich meine, das ist schon wieder. Ich habe einen Tito. Oh. Klar? Okay. Ich gehst hier auf. No, TF push. Ich komme nicht ran, Maru! Den hole ich mir. Der kann nämlich nicht meinem Stun ausweichen. Weil du bist du schnell wegst und den mache ich so. Du machst das. So gehört sich das. Ähm. Kuh! You so bad! Wir brauchen keinen Baron, der Baron braucht uns. Ich bin mal für Bacon. Der Bacon Buff. Der ist einfach mal 30% würziger. Ihr seid doch so krank, ey. Ihr seid doch so krank. Geräuscheter Fisch bei Brand. Und 30% würziger. Klar. Mioung. 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 Bin ich dann ein Verbranter Bacon? Nein. Verbranter Bacon. Du bist Bacon Brûlée. Brûlée? Brûlée? Bacon Brûlée. Gibt das aber auch? Bacon immer roh, oder was? Bacon Brûlée, ey. Guck mal, ey, hier ist ein Drache. Der möchte getötet werden. Ja, dann töte ihn doch einfach. Ja, ich bin Supporter. Okay. Oh, oh, der ist gewohnt. Der was? Der war gewohnt. Ja, der war gewohnt. Der war gewohnt. Fände deine 7 Dragon Balls. Oh, oh. Scheiße. Nur keine Bugmatches. Der war Angst. Der war Angst. Joel, ja. Der war Angst. Joel, ich bin da. Lass dich umarmen. Ja, bitte. Der wird flashen auf dich, oder? Oh, nicht die Minions stand damit. Oh, er hat sich geheilt. Mach mal ein Temo. Soll ich dir helfen? DJ, listen. DJ, listen. Der ist so verdammt gut. Dieser Scheiß-Blitzkill. Der ist so gut. Der spielt so scheiße. In und aus heute. In und aus. Mann. Ich hätte dir auch helfen können. Weißt du schon, ja? Oh, du Spastik. Ich habe gerade eben den DJ gemacht. Hast du das genau gesehen? Nein! I'm out. Ich habe noch ein Eis mit deinem Rücken geschossen. Fast healing myself. Ach nein, Temo. Temo kriegt die Kugel ab. Oh, oh. Bin ich schon wieder sterben? Ja. Ich habe Angst. Oh nein. Ich bin da im Gefahr. Oh nein. Fache, ich helfe. Hilfe. Okay. Ich habe ein paar Karnstricks, okay? Ha. Okay. Der macht dir ganz schön Schaden, ne? Ich bin tot. Hast du so einen Offensiven, wie es Sinn will? Nein. Ach du Scheiße. Was? Einen TF kommen, wenn du bist tot. Bin tot. Nein! Was? TF betrifft ihm meine Karten nicht? Ich flasche mich lieber rein. Er trifft mich nicht. Lieber reinflaschen. Geht ein Problem. Ja. Was ich überlebe, Julia? Lieber reinflaschen in die Angriffe. In die Angriffe. Was willst du? Was? Du bist voll ausgewischen. Und dann flasht du in die Angriffe rein von ihnen. Ja? Ja. Ja? Ja. Da bist du gestorben. Das ist richtig. Kennst du das noch? Das sind die Panic Flashes. Ich will meinen Speedboost wieder. Ich hasse die Flash. Warum geht's überhaupt bei dem TF gerade? Keine Ahnung, Penis. Die Menge davon. Is always in you. And she let her go. 3, 2, 1. Let it rip! Das war noch kein Demo, bevor man stirbt. Und Feuer! Pui! Mit tollen Taunt-Effekten. Oh! Hier ist kein Wort. Dann stelle ich... Oh, das ist noch ein Pilz. Hier ist kein Wort. Was mache ich nur? Oh, ein Wortklierer. Oh ja. Nein! Brand! Kannst du nicht tun? Doch. TF ist ein Mädchen. Siehst du? Das ist doch Tittenfall. TF ist ein Mädchen. Ravenpush bot lane! Base... Oh! Ähm, der geht nicht kaputt mehr. Oh. So geht der nicht kaputt? Weil der nicht kaputt ist. Ah! Jetzt geht er kaputt. Jetzt geht er kaputt. In der Tat. Kann Eifel ziehen die Wachstungsphase der Haarwurzel packen an. Ja, gucken sie dir diese Statistik an. Ich dir die Statistik lang. Ach komm, Blitzi! Kann ich mir mal erschöpeln. Ich will den Glitzcrank-Support! Das ist ja Wusel! Am! Nein! 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 Nein, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz die Welt retten. Der Adem ist Frank mit Rat, Adem. Was ist da los? Komm, unser Rain macht das jetzt. Ich muss nur noch kurz die Rain retten. Nein, wir wollten noch nicht hier. Wo könnte bloß der Teemo sein? Nein, ich habe keine Ahnung. Oh, er ist. Wir haben einen bayerischen Arsch. Und Ash auch? Was redest du da, Juviel? Das habe ich gerade gesagt. Klingelt um dich. Das ist ja S. Nein, ich habe Ash geschrieben. Nein, ich habe Ash geschrieben. Du hast doch S geschrieben. Doch logisch. Natürlich. Logisch. Ja. Wir sollten uns in Gruppen und einfach mal enden. Boah, die Minions da oben machen das. Die machen jetzt die Base von uns fertig. Guck dir das an, wie die Minions die Base fertig machen. Wir haben doch Brandung. Ich habe das Gefühl, wir sollten mal hier, äh, Das ist Serious spielen, ja? Barone, Sweatern. No, no. We need the lanes. Jetzt soll er Lunge da. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Du bist hier, was ist hier denn? Ha, das sind drei. Da, schau hier, ich hab mein Ehem voll. Wir müssen den Lanes pushen. Wir müssen die Lanes pushen. Die Lanes müssen uns pushen. Ist doch logisch. Ich brauche einen Blaubuff. Du brauchst einen Bio-Wolf? Naja. Ach, du sagst, ich brauche einen Blaubuff. Blaubuff, ja. Oh, Riven. Riven will top pushen. Riven will auf die Schnauze der Recher. Riven, Riven. Riven, Arriven. Ah, ah, follow. Wo ist? Dann hat die Maus noch falsch. DJ Lee Sin. Weil stirbt das Drecksting endlich da. Never ever. Da ist eine riesige Energieleistung drüber. Ich hab die nicht gesehen. Das ist ein AD-Blipzig, der macht sich tot. Oder ich mach erstmal den Timo tot. Und dann macht sich Riven tot. Nee, die haut ab. Super Noodles! Super Noodles, gonna die! Ist klar. Oh! Ah! Ja, aber sehe ich nicht ganz so. Das hat meine Debatte über Ebola, ja. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das kippt euch ab. Alter, haben wir jetzt ohne Scheiß schon dreiviertelstunde nur schwachsten hier? Ja. Hä? Nein. Nein, die Folge davon hatten wir auch nur schwachsten. Stimmt. Die war nicht ganz ruhig, aber die hab ich abgebrochen, weil die war... Hinter euch ist ein Tri-Hard-Meer. 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 Es war dein Streamer, wir haben den Spaß, das ist super, ne? Wer streamt? Die streamt doch, oder war das das Team vorher? War voll, das war das Team vorher. Ach Mensch. Tschüss Ash! Nein, 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 nein! Genau in den Pilz gezogen. Schön. Mechanics. Und der hat mich nicht beschützt. Ja, wie sollen wir dich da beschützen, wenn du so doof bist, ey? Ey, musst du so direkt sein? Ja. GG, Ash is no Spur. Wait, please. Dem ihn, lass mich in Ruhe, Peter. Das ist ein Doha. And all life? Ich glaube, I did die an ihr. Ja. Super. Auf bavarischen Server bist du auf bavarischen Server? Bist du einfach nur ein Diamant, ist ja logisch. Bavarian Server, nur für VIPs, please. Die haben mich mal ein Bitterhauer bisher bekommen, wenn wir halt so. Was ist denn da los? Ja, weil da einfach ein geiler Typ war. Acht, sieben, sechs. Was ist ein heißer meinst du? Vielleicht gewinnen, weil dann kommen wir nicht die ganzen No Farms von dem zurück, ne? Was? Surrender? Wir sollten jetzt langsam mal durchpushen und winen. Okay. Surrender wollte ja nicht. Ja, Horchi hat das gemacht. Wayne ist tot. Oh mein Gott, jetzt ist das Spiel vorbei. Das schaffen wir nicht mehr. Ja, die sind 70 Sekunden tot mittlerweile. 70? 70? Ja, ich wollte gerade sagen. Das war ein bisschen langer, I think. Ach komm! Brett! Please, please! Oh fuck. Ich sterbe jetzt gleich wieder hier. Bam, 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 bam. Alles geplant. Nein! Links, rechts über den Gegner. Schieß mal mit durch. Ich komm an! Lol, Ash. Du beschreibst es ganz gut. Was willst du denn von mir? Hab ich nicht gesagt. Hab sie gesagt. Ich glaube, ich ist laut. Ja, rechts ist ja nicht. Hier, Randoins. Viel Spaß damit. Mann, tschüss. Was, Säule? Wie viel Schaden macht es für mir denn? 2. 2. Circa 2. Der Scheiß ist schön, der Meer regt mich auf. Er passt Karte. Ich habe Angst. Er fällt bei einer Lanespush, würde ich sagen. Ok. Best Ulti von Eve Ash. Mann ist allein. Oh, ich kann jetzt schon wieder nicht mehr. Wir schmeißen das gerade voll weg, das Game. We are Nirvana! Nirvana Ultis. Oh, tschüss. Welcoats. Dodge die Krab, oder du bist Krab. Da kommt der Held! Ich habe keine Qs getroffen, weil ich... Ich mache eine halbe Ulti, dann habe ich es immer noch. Kein Problem. Die Q? Die habe ich nur kurz gedreht. Hey, ciao. Sagen sie nie an. Mainstub wieder. Ja. Wir haben den gemacht. Nice. Was ist ein Problem? Oh, ich fokuse eh noch nicht. Der Ult. Der Ult von mir. Eine Ulti hat getroffen. Eine Ulti hat getroffen. Er wird ja. Das ist eine Sekunde, das schaffen wir aber. Hattet auf mich, für den letzten Schlag. Oh, mein Minion. Danke. And Tšaka 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 Puff. Letzter Schlag. 50 Gold. 50 Gold. Ah.